Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg auf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay. Lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist wahnsinnig. Wir müssen einfach weiter. Und wir sind auf einem Berg. Mount Everest oder so. Und machen wir ein Abenteuer. Hättest du gedacht. Selbst wenn wir hier nichts finden. Der Lara Croft. Ich weiß. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Giegt schon geil aus. Hammer. Der schöne Lara Croft. Das ist schon lange her. Das ist schon Jahre her, dass ich Tomb Raft gespielt habe. Fängt mir an, wenn ich die Steuerung verkacke oder so. Oh. Scheiße. Alles okay? Hab den Halt verloren. Arsch nicht. Was? Ja. Äh. Was? Was für ein Zeichen? Was war das für ein Zeichen? Ich hab... Ich hab... Das hat mit der Maus gemacht. Nein. Das war es nicht. Ey. Oh. Jetzt habe ich erst gesehen. In welchen Knopf. Tut mir leid. Scheiße. Ich bin schon direkt bei Kacke. Alter. Wie immer. Diese Quick-Time-Sequenzen. Lara. Bist du in Ordnung? Jonah. Ich bin hier. Ich klettere runter. Hol dich. Nein. Das ist zu gefährlich. Ich klettere wieder rauf. Bist du sicher? Bleib einfach da. Ah. Ah. Er klimmert die Wände. Mit E. Schon cool gemacht. Wie geil ist das denn bitte? Boah. Hammer. So langsam habe ich die Steuerung wieder raus. Ja, ja. So kennt man die Laura. Nächstes Abenteuer. Keinesfalls immer hört die auf. Da müssen wir wohl durch. Wie gesagt. Das ist die V-Geschichte noch von den alten Lehrer-Teilen. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeführt wird. Ob da, ähm... Ob es mit den älteren Lehrer weitergeht, oder so. Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fernseher, den Leser, gibt Ruinen in diesen Bergen. Boah, wie geil ist das. Alter, sieht das geil aus. Boah, Alter. Entschuldigung. Boah. Krass. Hammer, wie das alles so leuchtet. Und Alter. Trinita. 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 Sind wir schon ein bisschen vor? Oder? Keine Ahnung. Das ist die Zukunft. Wie wir gerade spielen. Wie immer. Kustel dem Nennings hat eigentlich ein geiles Spiel gemacht. Was ich da steuere, ist immer die Länge. Das könnte länger sein. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Okay. Ah, hier wird es wieder tiefer, der Schnee. Ah. Was meinst du? Wir sind nah und etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Oh, was jetzt? Oh. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis, auf das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Müsste ich jetzt warten auf den, oder? Kommt jetzt auch nach? Ich hieß ja nochmal, ne? Ah, okay. Es kommt da. Okay, macht das schon. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib alle dran. Oh, shit. Was ist das? Okay. Der hat es nochmal auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, er kommt hinterher. Okay, jetzt hakelt es. Aber trotzdem behält, äh, FAPs, VPS, äh, was? Hä? War das keiner, war zu beklettern? Oh. Das, äh, hey, hey. Das wusste ich nicht. Scheiße. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Ach, schätze. Das war knapp. Auf jeden Fall bist du noch oben. Oh, Mann. Oh, Mann. Und lang? Hey. Okay. Deswegen habe ich auch einen Fehler gehabt. Was für eine Action wieder, ey. Was? Ich habe gedrückt. Es ist zu spät. Äh, zu früh meine ich. Ich habe keine Ahnung. Was war jetzt wieder? Also manchmal... Ah, jetzt, äh... Hat er es. Vielleicht falsch verankert irgendwie. Alter. Was ist das? Wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Clara, kannst du mich hören? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich zieh dich wieder rauf. Oh, fuck. Ich kann auch helfen. Okay. Ja, wusste ich gar nicht. Jetzt aber. Komm. Scheiße. Ich kann dich nicht halten. Das Seil muss ich sagen. Ah. Okay, da konnte ich gerade. War mir einfach nur sicher. Boah. Alter Schwede. Ja, 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 ja. Was ist jetzt wieder? Alter. Was? Was war das denn da gerade? Das war ja wie ein Fehler. Ach so. Immerhin sagt mal, klappt es. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Nein, ich stehe. Ich spottier wieder. Ah. Oh, 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 oh. Oh. Shit. Schneller, lever. Nein, nein. Alter, was ist das denn? Wow. So eine Scheißlawine. Zwei Wochen zuvor. London. England. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens. Dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Ach, aber was lassen wir zurück? Knochen. Staub. Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden. Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber... Nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich muss sehr vorsichtig sein. Musik 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 Ich bin's! Anna! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich hab das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... ...verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hat er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein. Das ist Irrsinn. Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das... ...ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden in der Nacht. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Stuft vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden ihre Zeit. Hier draußen ist recht. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld? Hier stimmt was nicht. Äh, das ist... ...nur die örtliche Platz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die, die haben besser bezahlt. Sie. Oh, no. Oh, no. Scheiße, die sagen noch nicht auf'n schießen. Bring sie und dir raus. Shit, shit. Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! 2. 3. 5. 6. 6. 11. 10. 11. 12. 13. 16. 16. Zurück mehr. Es muss hier sein.